Mahlzeit, Freunde! Willkommen zurück bei Call of Duty Cold War Zombies und dieses mal die nächste saisonale Herausforderung und zwar hochfrequent. Dafür müssen wir zehn Runden mit aktiven Krawallstarter abschließen. Davon gibt es dann fünf Etappen. Das wird wahrscheinlich dann auf 100, wenn nicht so noch mehr rauslaufen. Ist jetzt nicht so schwer, könnte aber sehr problematisch werden und sehr lang. Jedenfalls gehen wir dafür in den Runden basierten Modus. Zack, hier mal schnell auf die Maschine und dann zeige ich euch, was ihr machen müsst. So Freunde, ich bin jetzt direkt gestartet, gespawnt und oben auf der Minimap sehen wir so ein Totenkopf-Symbol und hier haben wir so ein leuchtendes Ding, das ist der Krawallstarter. Den aktivieren wir einfach mal und dann geht alles wesentlich schneller. Da können wir bis 120 Tor sie voll durchfassieren, wenn wir die Waffen dafür geben. So, zack, das ist rund zwei Euro schon mal ein Rundrandschlüssel. Zack, das war die nächste Runde. Und so geht's Schlag auf Schlag, Freunde. Ihr könnt das Ding natürlich auch wieder ausmachen, wenn ihr z.B. dem Strohmann machen wollt oder Packe Punch machen wollt und eure Waffen verbessern wollt, weil ich sagen wir mal von Runde 1 bis 20 mit der Stammwaffe, das wird definitiv nichts. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Da können wir jetzt beispielsweise schnell mal die Waffen ein bisschen aufleveln, Piff-Puff machen und wenn wir Bock haben bis 120, können wir das Ding wieder anreißen. Das war jetzt vielleicht nicht die beste Idee. Wenn ihr so viel am gestorben sind, ja, so schnell kann es nämlich gehen und war tot. Und das war die nächste Runde. So, ich mach mal kurz aus. Und davon müssen wir auch zehn Runden machen. Das Ganze an fünf Stufen und dann schließen wir die Herausforderung ab. Also müssen wir halt immer mal wieder, wenn wir hier im Modus sind, in so einem rundenbasierten, immer mal wieder den Krawallschlager anmachen, damit wir das Ganze abschließen können. In diesem Sinne, Freunde, ihr wisst Bescheid. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. So. Okay.